Hier sehen Sie das Rio Helios Paradise, die komplette Lande. Es ist traumhaft schön gelegt. Sie haben einen riesengrünen Landtag, hier mit Lügen, mit Whirlpool, wo man sich anspringen lassen kann. Es ist Rollstuhl geeignet. Hier hinten kann man mit dem Rollstuhl reinfahren und man hat einen schönen Whirlpool mit dabei. Wie gesagt, wir sind hier im Rio Paradise Helios, dem Best Family Hotel von TUI. Wir haben unheimlich viele zufriedene Kunden, die hier schon gewesen sind. Ich kann das Ganze, was die Kunden sagen, mir wiedergeben. Wir haben hier wirklich eine der größten und weitläufigsten Poolanlagen am Sonnenstrand. Also hier kommt sich keiner ins Gehege, ob jemand aktive Poolanimation möchte, ob jemand Ruhepools genießen möchte, auf Kinderpools, auf wirklich verschiedene Ligen mit Massagebehandlungen, die hier zum Beispiel hinter uns sind, hier auf der Seite. Oder eben halt Whirlpools, die hier überall sind. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle, weitläufige, große Poolanlage, die man ja selten eigentlich so sieht. Und wie gesagt, also jeder, der mehr Informationen haben möchte hier über das Hotel, einfach uns anschreiben über info at feller.de oder bei uns auf der Homepage schauen unter www.vip-reisen.de oder gerne auch hier Gefällt mir drücken für Reisebüro Feller, dann seht ihr weitere Berichte von uns. Vielen Dank, bis demnächst, Ciao!